Musik 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 Gehts los? Ok jetzt Ok los! Nice! Oh nice! Direkt schon richtig guten Stuff, ihr habt sowas von verloren Direkt Illuminati! Was? Niemals! Nein, ich wurde geblieben jetzt! Nein, fuck, ich hab vergessen meinen Spawn Point zu setzen Geh nochmal in die Lobby und geh dann zu Lucky Walls und dann flieg halt nochmal dahin Hoch! So, auf den Beacon am besten den Spawn Punkt setzen Aaaaah! Aaaaah! Oh, nice! Oh, da kann ich wieder meine OP-Taktik machen Und ein Schild muss ich auch noch hin machen, oder? Ja, mach noch ein Schild dran Damit man weiß, wer das ist So Wie heißt Schild? Äh, äh, Sigan 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 Jaaa! Mann! Lass mich doch Sigan sagen Adi Keks! Vielen Dank für den Promo! Oh, Basti, ich hab so Druck auf der Blase Ich muss auch Sigan Was? Hab ich jetzt nicht gerafft Oh, Ender Dragon! Ah, der ist direkt gestorben Oh, nice! Nein, der ist bei mir Wie? Nein, der ist bei dir Ja, der hat ja komplett Oder ne? Ja doch, der ist zu mir Ich hab ihn weggemacht Nein Dann waren da zwei Ah, ich seh nix! Nein! Wow! Locker Illuminati Alter, kann ich jetzt mal sterben Dass ich wieder was sehe Komm, ich brauch irgendwas zu tun Hörte mich! What the fuck Ja, endlich! Na geil! Jetzt hat der Hä? Oh! Äh! Ich hab Iron Man! Okay! Nice! Cool! Iron Man! Ich hab'n Iron Man Anzug Ich kann euch sowas von kaputt machen Was? Iron Man Anzug? Nein, Spaß! Aber ich hab'n... Aua! Tod durch Amboss! Nein! Ja, ich auch! Genau im selben Moment! Wir haben ja so viel gemeinsam, David! Ja... Nein! Nein! Du Pister! Du überlebst das! Hä? Ein Villager? What? Oder was? Wer soll was überleben? Ja, ein Villager! Ja, jetzt kauft er sich die Water Boots Ich kenn ihn doch Okay Äh, irgendwer rastet da grad richtig aus mit äh Mit was? Mit Blitzen? Ja... Ich weiß Sven Ich will doch nicht wissen, wie's bei mir schon aussieht Wie schon kommt Ich seh kurz... Du Pisserläufst Hungerponylava Ich kenn dich, warte Ah, nein! Tadam! Kill! Oh man, ich hab überhaupt kein gutes Zeug, außer... Oh ja doch Ich hab gutes Zeug Aber ich glaub, das könnte mir auf der Map hier zum Verhängnis werden Yo! Ich hab'n Bossfight! Welchen? Shrek Okay Ja, wow Oh nice Das gönn ich mir Ich hab'n Ich hab'n Ich hab'n Ich hab'n nur Pech Wer ist das? Der macht mich doch komplett körre Warum? Weil er rumläuft wie so'n Affe Du hast'n doch Nein! Ich musste dich mit meinem Leben beschützen Warum? Warum? Oh man! Ich bekomm'n keine Blöcke aus dem... Server lag'n Ist das aber weg, ja Ist das aber weg, ja? Nein! Ist das Server down? Ja, müsste Benni Bescheid sagen Nee, ist wieder da, ist wieder da Ah, ungeleckt Gott sei Dank Boah Zum Glück Ja, oh wow Das ist nicht cool, Mann! Oh man! Oh geil! Warte mal Oha! Ah! Ich hab' wirklich alles, was man... Oh oh! Was man nur braucht Aber... Oh oh! Nee, das ist nicht cool Wie lange geht's denn noch? Noch lange Ja, wenn Alexa Bescheid sagt Ja, frag doch mal Alexa, wie lange's noch dauert Tja, jetzt chillt mal, wir brauchen eh nie 10 Minuten Ihr habt doch noch nicht mit mir gespielt Gutes Argument Hä, wieso krieg' ich nen Kaktus Helm aus den Emeralds raus? Undead Ride Oh mein Gott, ich hab' nen... Alter, ich hab' nur Müll Ich hab' nur Müll! Ich hab' nur... Schrott! Richtig in Schrott Schrottimotti Na gut, das ist geil, aber... Da bin ich halt zu schnell damit Boah, Alter, nein! Boah, Alter, nein! Oh nein! Hier, wo geht's denn in die Höhle nochmal runter? War das hier? Oh, das ist jetzt natürlich echt nicht schlecht, Mann! Was? Was ich grad' bekommen hab' Ich hab' sowas von verloren, gah? Ich hab' sowas von verloren Okay Ich nicht Oh fuck! Oh die Schnauze, du hackst doch Ja, ich hab' hier auch ein paar Sachen, wo ich sag' Okay, die sind ganz gut, aber... So, ich werd' auf jeden Fall ausrasten Also... Ich wär' ready, Maddy Ich noch nicht Ich brauch' noch Ich brauch' noch ziemlich lange Ich brauch' auch noch ein bisschen Weil ich noch was mache Was ziemlich wichtig ist Weil, ähm, soweit ich weiß Hat David Flugschuhe Das heißt, ich mach' Nein, hab' ich nicht, hab' ich nicht Ich hab' bis jetzt kein, äh... Wenn du fliegst! Gerade, jetzt, jetzt In diesem Moment Hab' ich keine im Inventar Nicht an, gar nichts Mein Willischer find' ich grad' auch nicht mehr Hm Wenn du nachher fliegst, oder so, oder? Dann nehm' ich mit dir nie wieder auf Ich hab' keine, ich schwör's dir Die Zuschauer können auch Bescheid sagen In diesem Moment hab' ich nix Im Inventar was fliegen kann Wie sollen denn die Zuschauer Bescheid sagen? Streamst du auch? Ja, nein, später Wenn, äh, der Folge online kommt Bäume darf ich abbauen, oder? Ja, klar Du darfst alles benutzen Spätestens jetzt ist der Villager tot Es hat Boom gemacht Und es hat Boom gemacht, oh Ey, ohne Scheiß, ich hab' so einen krassen Bogen Und hab' einfach Keine Pfeile Vertraut mir, ich, ich, ich hab' schon ne Idee Ich muss nur wissen, wo David baut Dann hau' ich den nämlich als Erster raus Wieso das? Keine Ahnung, weil du Flugschuhe hast Ich habe Keine Flug Schuhe Ich vertrau' dir irgendwie nicht Ich muss ganz kurz den Game-Mode Und mir ein Schild geben Vielen Dank, Feuerwehr-Tease Das ist für einen Euro Geiler Streamen-Güße aus Hamburg Ich habe das vergessen hab' alle zu bringen Ja, dann grüße ich mal Hamburg zurück Grüße zurück nach Hamburg Na, danke für einen Euro So, danke für die Unterstützung Hat irgendwer Pizza von euch? Nein, verboten Ja, Pizza ist doch verboten Sven, wenn du Pizza hast, nicht fressen Oh Mann Das haben wir nämlich extra abgeschafft In so Deathmatch-Modes Aber ich hätte jetzt nämlich den Pizza kontert Was? Hä, was kontert Pizza bitte? Alter, du hast Bummacht und die waren hoch teleportiert Hä? Also ich wäre jetzt eigentlich soweit fertig Ich nicht Ich muss hier sicher bauen einfach Wie sicher? Ach, du baust zu, ne? Darf man ja Ja Ja, ich baue mir mit den Blöcken, die ich hab' noch ne Festung So ne kleine zumindest Damit ich wenigstens noch irgendwas hier habe Wo die Leute dran hindert Schön hier ranzukommen Dann mach ich das jetzt auch Hoffentlich sind die 10 Minuten jetzt vorbei in dem Moment Mit zu lachen Oh mein Beacon ist aus, Moment Dankeschön an Logo Poseidon nochmal für 5 Euro Hey, kann man mit dir spielen? Irgendwie schwierig, weil sonst jeder will Und das kann ich leider nicht gewährleisten Bei gerade zum Beispiel 2000 Zuschauern Schreib mir mal bitte in den Chat Wer will denn alles mal mit mir spielen? Na, dann zählst du mal Jetzt kommt's, ne, ich nicht Gute Scheiße Das kann ich leider nicht gewährleisten, dass ich da irgendwie dann Vorzüge mache Aber danke nochmal für deine 5 Euro Weil es haben schon Leute, hab sogar schon 100 Euro donated Und wenn ich jetzt dann irgendwie an der Summe Ja, guckt Leute Guck, die wollen alle mit mir spielen Sooo, Alexa meldet sich Okay, dann geht's ganz kurz bevor es los geht Ähm, 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 nochmal Ich mach Leg 1 Ich bin nicht käuflich, sagen wir es so Wenn du mich unterstützen möchtest, dann donate mir Oder abonniere einfach Ähm, aber erwarte da jetzt keine Gegenleistung dafür Weil ich bin, äh, kein kaufbarer Gegenstand Ähm, nur dass du Bescheid warst, ne So Dann geht's los, ne Was? Ja, die Wii jetzt geht los Es ist fertig die Zeit Das kann doch jetzt, wie ist schon vorbei Ich hab noch nicht mal die Blöcke geöffnet Ja, Pech Wie Pech So, los jetzt Drei Zwei Zwei Eins Los Oh, Mann Wie jetzt jeder still ist Ja, jeder ist hochkonzentriert Wow, wie ist hier Wer hat irgendwas gemacht? Er wäre hier unsichtbar Ah, ne Ich wäre unsichtbar Ah, und Null Null Alter, what the fuck What the fuck, was ist das? Hühnchenbomben, oder was? Hit mich nochmal an Tschüss Na, was? Da steht kein Schild dran, ne Aber, ähm, der Beacon von dem, der so hoch mit dir gebaut hat und mit Nether Quartz, der ist weg Okay Beacon von David ist weg Ja, da war ich auch grad So, also David ist, äh Was? MEIN, das weißt du nicht Sven! Ich hab doch den Ich dachte, wenn man die Waffen ist, wenn man mich besitzt David ist raus Wow Sorry, ich wusste nur, dass ich so ne gute Waffe hab Ich hab ja schon mal Was? Wer hat das Inventar gecleared? Bei mir ist alles weg Bei mir auch Ja, bei mir auch Das war nach Kriegs gemacht What the fuck, Vicky Oh mein Gott Ja, jetzt boxt euch mit den Fäusten, Jo Hat jemand gerade die Walls, hat sich durch Walls gebaut? Hä? Ja, ich Na, dann was, Max Max Basti, dein Beacon ist weg Was? Hä, du bist lustig, Mann Ja, ja Alter Ja, geil Ich hab grad noch, bevor gecleared wurde, hab ich das Ding noch Ja, jetzt boxt er mich mit der Hand tot, alles klar Lass es doch Mann Sven Ja Mach dir mal kurz ne Waffe, ich lock den zu dir, ja Ja, 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 genau Nix teamen hier Ich mach kein Team Ne, wir teamen nicht Du hast nur deine blöden Effekte Renja, geh jetzt weg, Max Du stirbst jetzt, Mann Nein Hol doch ne Waffe, Max Stimmt auch wieder, ne So ein Penner, Mann Max, dein Beacon ist weg Als auch Ja, und jetzt kill ihn, bitte Verdammt, wenn ich durch Monster sterbe, zählt das auch Nein Nur Spieler-Kills Okay, das ist gut Alter Wie in Lucky Wars, immer nur Spieler-Kills Okay, nur Spieler-Kills, gut Hä? Oh mein Gott Sven hat sich selber getötet Nein Da war so ein komisches Ding So, jetzt kann ich mich wenigstens wehren So, Max, wo bist du? Hm? Wo bist du? Keine Ahnung Irgendwo Oh oh Mob Battle So, dein Beacon ist auch weg, Sven Verdammt Es gibt keinen Beacon mehr Nein Hä? Verdammt Es gibt keinen Beacon mehr Ja Oh, da ist einfach ein fetter TMT Lucky Block Was? Ja, ja, da Oh, ich seh's Aus diesem, aus diesem rosa-rot können alles rauskommen, ne? Ja, ja Die sind schon mega OP, finde ich Nein! Verdammt, Mann Leck der Server? Ne, ne? Soll ich mal Leck 1 machen oder Leck 2? Nö Wegen den ganzen Mobs Ja, mach mal bitte Ich werde euch jetzt Also wenn ihr jetzt sterbt, ist es meine Schuld Ja, das ist ein Spielerkill Ja, hast du gesehen, was ich war? Ja, ja, ich hab's gesehen, ist ein Spielerkill Wenn jetzt jemand dadurch stirbt, ist er tot Was hast du denn gemacht? Ja, ja, ja Ich steck nur Hä? Ja, ja, ich hab den fetten TNT Block zum Explosieren gebracht Ja, wow Wow Warum kann man eigentlich die Volt nicht mehr abbauen? Doch, kann man abbauen Fertigier Fuck it Oh Mann Ich darf nicht sterben Sven, nein Oha Hat mich verfehlt Wo bist du? Hä, wo ist der? Hä? Hä, wo ist er hin? Sven? Oha Aber er ist auch durch den Slime gestorben Er war unter dir Genau unter dir Wie? Er war unter mir Na genau unter dir Achso, da kann man Ja, da kann man hin Okay, gut, das wusste ich nicht Wo ist Marx? Ist er immer noch unsichtbar? Äh, keine Ahnung Jaa So, jetzt hauen wir erstmal Sven raus Wenn du mich kriegst Jaja, ich krieg dich auf jeden Fall, Jens Oh Mann Oh, danke, das hab ich noch nie im Chat gelesen Dass ich geil aussehe Ich finde dich auch geil Max, du brauchst ne Waffe Ich weiß Max, du hast ein Problem Ich weiß Ja, halt Nein Nein Rausgekriegt Verdammt Widersicher Ich hatte die ganze Zeit Mining Fatigue, Alter Ich konnte nichts abbauen Von den Blöcken Oh